Woche 2 bei der German Beach Trophy und wir blicken auf die Highlights des Rückrundenstarts. Den Anfang macht Felix Friede. Mit gesundem Ellenbogen zurück zu alter Blockstärke. Und auch wenn es am Ende nicht für den Comeback-Sieg reicht, den Platz in unserem Highlight-Reel hat er sich redlich verdient. Acht Spiele, acht Siege und dazu den MVP-Titel in Woche 1. Es könnte schlechter laufen für Sinja Tillmann und die Coole gibt's als Belohnung obendrauf. Wir springen aufs Treppchen und präsentieren euch zwei neue Gesichter in Düsseldorf. Nach überstandener Quarantäne und negativen Corona-Test haben es Yannick und Erik dann auch mal geschafft und Erik interpretiert Peters Kneipenschwinger in dem Spiel auf seine ganz eigene Art und Weise. Vom gebürtigen Berliner zum Wahlberliner und in dem Ballwechsel zeigt Max Bizzin einmal mehr, was alles in ihm steckt. Der erste Kontakt gegen Nates ist überragend, was man von Nikis Zuspiel nicht behaupten kann. Gibt die zweite Chance, weil Max auch denen absteht und dann geht's über die gute alte Sechs in Richtung Highlight-Reel. Und trotzdem reicht er nicht für die goldene Ananas, weil Rudi Schneider beim Einschlagen diese Coole erwischt und vor mir hin oder her, das ist ne 10 und ein verdienter erster Platz an diesem Mittwoch. Oder Erik und Jannick? Wenn euch der ganze Bums gefallen hat, lasst gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren da und schaut euch nochmal die alten Highlight-Videos an. Spoiler, die waren auch nicht so schlecht.